Sehr schön. Viel Spaß. Bitte auf Arbeit. Viel Spaß auf Arbeit. Jo, tschaui. Tschüss. 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 Miro, ich hab vergessen. Morgen früh, 6 Uhr. Ach du Scheiß, was hat mir morgen früh vor? Nicht hinterfragen. Einfach rekrutieren. Einfach nur nicken und Arschloch denken. Das geht immer. Ich stehe eigentlich kurz bevor, jetzt mal rüber zu gehen und die mit Kacke abzuwerfen. Mach das doch. Werfen wir zurück. So, wir helfen 23 oder 10, ey. Das dauert ja immer noch. Ich kann kurz zu euch rüber. Komm doch. Machen wir mal keine Schafe oder Tiere oder so, ne? Ich hab schon Wolle gesammelt. Ich mein, wenn ihr Kacke gefunden habt, dann müssen wir mal gut Tiere sein. Putze, du sollst deine geliebte Pfanne craften. Ich stand gerade im Chat. Ich hab gar nicht aufgepasst. Ich muss zu Glorious antworten. Hm. Ach so. Hm. So, jetzt stehen wir da mit unserem Talent. Ja, euer Community Portal ist sehr gut gesessert. Ich komm an den Skelett und... Ah, die Mission Return. Ah ja, alles klar. Ach du Kacke, was habt ihr denn hier? Wo? Wer? Gerade ist ruhig. Also in der Community Welt, ich komm gerade an und hier haben wir schon einen fetten Meteor. Hm. So. Ein Glückwunsch. Oh. Ja. Den haben sie direkt am Spawnpoint. Das hab ich ihr leider auch gesehen. Gemeinheit. Aber wir kriegen auch einen. Garantiert irgendwo. Müssen wir mal suchen dann. Alter, wenn du mal auf Tab drückst, ich finde Leute da drin sind, das ist echt gigantisch. Vier gigantischer, dass viele von denen einen scheiß Ping haben. Richtig cool. Alle. Bis auf du, ne? Ich hab einen guten Ping. Genau. Die oberen acht haben einen tollen Ping, der Rest irgendwie nicht. Ja. Die obersten vier. Jetzt play haben wir Vorteile dann so, ne? Genau. Ja, ein bisschen was... ein bisschen Vorteil müssen wir ja haben, oder? So, wer hat jetzt hier aufgemuckt? Wer will Kacke in die Fresse? Bist du heute so aggro, kleiner Mann? Also ich hab gefragt, ob man das essen kann. Ja, die Frage ist aber falsch, ehrlich gesagt. Gut. Also. Was müssen wir denn jetzt noch alles machen? Wir haben ja hier schon ein bisschen Tinkers Construct aufgebaut, sehe ich. Essen. Haben wir noch ein bisschen Gravil? Ja, als genug. Ich hab genau eins. Okay, ich mach mich nicht... Oh, Alter. Vergiss es. Aber Holz haben wir keins mehr da. Nehme ich an. Einmal Holz. Doch, ein bisschen was. Gut, dann nehme ich mir mal... Ich hab jetzt den Insanity-Effekt. Das ist eine Tool Station Part Builder Central Crafting Station. Da. Dann machen wir uns mal ein bisschen... Incoming! Bin wieder da. Bibi. Was passiert, wenn man zu ängstlich ist in dem Spiel? Du siehst nichts mehr. Wow. Das ist ja so großartig. Ja, aber momentan ist es pink. Ich steuere auf die 15% zu. Die hab ich jetzt erreicht. Das ist nicht gut. 14, 13. Das heißt, wir brauchen Fackeln. Dringend. Wir haben einen Enderman. Oha. Du musst in die Nähe von Licht gehen. Genau. So, und hier drin, ne? Bautenwald. Sind hier drin. Hier ist doch Licht, oder nicht? Jetzt, hier sieht's besser aus. Ich bin bei 400 Sprechstunden. Oh, Mann. 80. Also, ich sag dir, das sind Fakke noch, bevor ich tot bin. Aber Vorsicht, Creeper. Ha. Joach. Aber es ist total bleibt stehen. Der Weg krieg ich hier. Das wollte ich wissen. Aua. Tschö. Mann. Und Freitod. Bin auf Dach gelandet. Hier ist überall sehr dunkel. Ja. Und Freitod. Nehmen wir, dass das auch funktioniert. Hört euch. Ja. Werde hier mal so ein paar Pflänzchen hinbauen, zum Hinschauen. Auja, das ist eine gute Idee. Ja, mir geht's gleich viel besser, wenn ich diese ganzen Blumen hier sehe. Merken wir uns, wenn man selbstmordet ist, sind diese Spiel immer eine Lösung. Richtig. Ich habe meine Items nicht mehr auf... Doch, jetzt. Halbe Stunde später. Alle Items kommen zu mir. Äh, hat sich immer zufälligerweise Twitch offen und sieht, wie viele Zuschauer auf dem Kanal sind. Ich habe nämlich keine Ahnung. Nein. 68? Hör, das passt doch. Wie viele sind bei mir? Null. Dauert eine halbe Stunde, bis ich eine Antwort kriege. Null, genau. Mümchen. Wo ist der Bennet da, man? Träger, wo du euch sagst so, seid froh, dass ich mal ein paar Zuschauer habe. Und bei meinem zweiten Nighttime sieht das so aus. Halbe Stunde später, quasi nicht schauen, darauf ich wieder zuschauen kann, dass ich sowas zugeguckt. Hä? Hey, bei mir geht die Kunte, obwohl ich hier bei der Fackel und dem Blümchen stehe, die Angst. Ja. Ich werde dann dauernd zurückgezogen. Deck des Zuschauer. Es ist eine Situation. Oh, Moment, okay, ich bin ganz fast kaputt, also insofern, äh, ja, passt. Haben wir irgendwas zu essen? Nö, doch. Oh, ich höre ein schönes Echo. Ich höre, dass keine meiner Aktionen in diesem Spiel irgendwas bewirken. Ich glaube, der Leck ist jetzt durchgetrieben. Weil dieser, das Einzige, was ich höre, ist, dass der Enderman jetzt mal wieder Krach macht. Das tut wirklich in Ohren weh. Ich würde sagen, wir machen schon mal wenigstens ein Claybucket, dass wir jetzt mal ein kleines Feld anlegen können, damit wir zu futtern haben, oder? Wow. Und, äh, ich werde mich freiwillig opfern und ein bisschen Copplestone holen, dass wir mal unsere Festung erweitern können, hier. Unsere Kleine. Ja, nämlich. So. Tu das. Wo ist mein Grabstein? Schauen wir mal auf den Friedhof. Habt ihr eine neue Rakete da ein? Würde gerne ein paar Fackeln mitnehmen. Gut. Wieso denn das? Ich hab Angst. Ich hab Angst gedudelt. Hier ist da ein Slime runtergeplumpst. Ein Slime runtergeplumpst, sehr schön. Nein, der fällt immer noch. Der ist jetzt schon sechsmal runtergefallen. Nee, bei mir ist er jetzt unten angekommen. Ein Blueberry-Busch, den es hat da gepflossen. Blueberry? Ach, ach du, ach du. Blueberry. Ja. Warte, 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 warte. Uhhh. Siehst du, Baker? Siehst du hier dieses Erdloch, diese Erdgrube? Da habe ich auch ein Wasser einmal gesetzt. Gut, hier fällt nichts runter. Haben wir denn schon eine Höhe? Ist doch ruhig gerade, ne? Was war das jetzt? Ich glaube, da ist er jetzt erstmal kurz weggegangen. Geh weg, du Scheiße. Geh weg, du Scheiße. Wir nutzen diese Verzögerung. Okay. Aber jetzt ist sie wieder da. Ist das normal, dass man Eisen nicht abbauen kann? Ja. Mit der Flint-Spitzhacke geht nicht, oder? Ja, war richtig. Oh. Was brauchen wir denn für Eisen? Ich wollte gerade sagen, ich habe Eisen gefunden. Kupfer und dann Bronze, oder was? Genau. Alter. Das ist kaputt. Im Moment brauchen wir nicht so richtig viel. Ich glaube, Kupfer reicht. Kurze Frage. Funktioniert die Holzfelltacke? Die was? Die Holzfelltacke. Funktioniert die, oder? Verdammt. Weiß ich gar nicht. Wabschauen. Werden wir jetzt sehen. Verdammt, verdammt. Kann sich da mal jemand um die Hexe vielleicht kümmern? Hat da jemand noch was? Und ja, ist es sehr gut, dass keine Todesliste an ist. Oh ja. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, diesen Fehlerchecker im Chat zu deaktivieren? Fehlerchecker im Chat? Ich bekomme alles rot unterstrichen, weil ich schreibe. Chat deaktivieren. Was ist denn das jetzt hier für Wassertopfen? Chat deaktivieren. Also ich habe bei mir den Chat komplett deaktiviert. Auch gut. Ja, mir ist das Ganze von Twitch mir ein bisschen zu sehr auf den Senkel gegangen. Kurze Frage. Ich habe jetzt an meinem Körper, habe ich, ähm, Wassertropfen, sage ich mal. Schwitzen. Du schwitzt gerade. Ja, du schwitzt, genau. Hier wird es warm. Du arbeitest also. Du schwitzt. Also muss ich noch trinken, oder wie? Genau. Also mit der bloßen Faust auf eine Hexe zu hauen, ist, glaube ich. Hartfrucht zu lieb. So, zum sechsten Mal baue ich den Baum jetzt ab hier. Macht Spaß? Nicht wirklich. Alter, ey. Kann man dann bei dem Gravitation-Dingster-Modul irgendwas auf die Whitelist setzen? Da kannst du wie alles bei Enviromine komplett, ähm, konfigurieren ohne Ende. Dann sollten wir da nämlich die Blätter auf die weiße Liste setzen. Toll, beim Steine-Klopfen zerquetscht worden. Lecker. Hab ich nochmal Wasser auf die Welt? Da steht nochmal ein Grab. Und da steht ein... Ah, danke. Was ist das eigentlich für ein Loch hier unten? Ist das irgendwie mit flüssiger Scheiße gefüllt, oder? Was ist das für ein Ding? Ne? Okay. Da. Ach, es gibt ja, es gibt so, so... Gut. Glaube ich, oder? Ja, schon. Du bringst mich nicht um. Ich bring's mich selber um. Wie sehen wir mit dem... Mit dem Mist. Okay. Das Zeug ist auf jeden Fall nichts Gutes. Sehr giftig. Yeah, knack. Also ich hab hier schon mal so ein kleines... Alter, ich bin schon wieder am Schwitzen. Willst du mich verarschen? Oh. Du hast die Trevolo gestorben. Du musst öfter sterben, dann schwitzt du auch nicht und kriegst keine Debuffs und so weiter. Das ist eine Logik. Ja, wieso? Das mach ich die ganze Zeit schon so. Wie glaub ich denn? Ich hör hier immer nur... Ich hör hier immer nur... Ich hör hier immer nur Debuff und dies und das. Ich will den Freitod. Wie bekomm ich eigentlich ganz hoch auf die Rakete, um mich umzubringen? Brauchst du nicht. Kurze Frage. 2 Blöcke tief fallen. Salz, Wasser, Böse. Salz, Wasser, Böse. Gut, dann darf ich das... Hm, ich denk das nochmal gerade aus und hol da neues. Ich glaub du kriegst das da nicht mehr raus. Doch, hab zu dringen. Hast du dieses Taint-Zeugs eigentlich gleich in die Schranken gewiesen? Nicht, dass das wieder so... Ja, das hab ich an. Gut. Das ist aber nicht komplett aus. Nein, nur in die Schranken gewiesen. Nicht, dass das wieder sich hier explosionsartig... Das mein ich nur. Das haben wir gemacht. Das war nur, weil du da schon Basis gebaut hattest und vorher da war. Jetzt musst du dir einen Fleck suchen ohne Taint. Dann hast du keine Probleme. Das haben wir. Hunger haben wir auch schon wieder. Und Leben brauchen wir auch. Na super. Ja, so läuft man. Wird richtig gut. Ja, lass mich doch wenigstens mein Material noch zurückbringen. Dann nehm ich gern nochmal Tod in Kauf. Das ist mir ehrlich gesagt wurscht. Da muss es auch... Oh, Alter. Kein Anspruch. Wenn ich die I-Taste nicht... Wenn ich nicht die I-Taste umlegen kann, krieg ich noch eine Rappel. Drück immer auf I. Da ist normalerweise mein Inventar drauf. Bei mir... Bei mir ist Inventar immer auf I. Da komm ich so schön dran. Ja, das ist die Gewohnheit einfach, ne? Ja. Ich geh nur noch ein bisschen gleich fahren. Ich zeichne hier MMOs. Und naja, da ist das Inventar immer auf I. Und das Taint ist wieder... Genau. Und das Taint ist wieder drin, weil Soundcraft drin ist. Genau. Soundcraft ist böse. Nein, ist nicht böse. Nö, überflüssig. Mir kommt es irgendwie so vor, als würde 90% der Leute das Ding nur installieren, weil es Effekte hat, die aus irgendwelchen AAA-Spielen. Ja, könntest du recht haben. Außer was für Spielen? Blockbuster. Gut Grafik. So, erst mal mal zwei Äpfel. So, ich hab drei Eier gefunden. Wie? Das war ja jetzt wieder so etwas von klar, ne? Warum liegt ja eigentlich überall Stroh rum? Mach mal's die Maske an. Oh Gott, du, 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 du. Kann man denn mit Essen nicht irgendwas kochen? Ja, anscheinend nicht. Fruchtsalat machen, sobald du Eisen hast. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier einen Huhn drin haben und ich jetzt jetzt erstmal einsperren werde. Ja. Oh, wir haben eine Mine. Das ist gut. Ich kann geradeaus graben. Das ist mein Hauptskill. Wer hat die... Wow. Ist das überhaupt nicht wie groß in der Base? Die Gartenhacke. Die Gartenhacke? Die ist schon ein Schrott. Also Holz hält richtig kurz. Hast du keine Leute aus Konstrukt gemacht? Ne, ich hab einfach Holz gut gemacht. Du könntest die aus Flint machen, die Helddinger. Ja, mach ich. Ja, das ist ja richtig schön, dass ich jetzt hier so eine kleine... Äh, ich weiß doch nicht, ob es schon jemand erwähnt hat, aber wir haben doch Meteoriten bei uns. Guck mal in den Norden uns. Guck mal in den Norden uns. Ganz oben. Ja. Ja. Will ich kacke. Ungefähr 100 Blocks. 150. Okay. Wo ist jetzt hier die Map? Auf welcher Taste? Habt ihr das Ding noch nie gesehen, das Riesenteil? Also ich hab's auf X. Merk. Okay. X. Alle Tasten durchgehen, währenddessen wieder schwitzen. Das ist mir jetzt gerade scheißegal. Nee. Ich brauch jetzt glaube ich nicht gehen, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ich leg mein Werkzeug gleich wieder zurück. Leg den Apfel wieder zurück und... Ich geh ins Wasser. Das ist mir zu doof. Ich geh ins Wasser. Ich geh ins Wasser. Keinen Anspruch hier, was ist das denn? Achter, das wird auch zu doof. Nein. Die will euch nicht das Essen wegessen. Ach komm. Ich kann die zwei Äpfel zwar gerne essen, aber da will ich nicht weiter mitkommen. Oder? Na doch, doch. Das könnte reichen. Was? Musst du dir halt was anderes suchen. Was ist das denn? Dann gib mir meine Spitzhacke wieder. So. Spitzhacke. Ja, hier gibt es irgendeinen Fehler. Ich weiß noch nicht, wie ich den beschreiben soll. Und zwar, ich wollte gerade Sinn-Erz abbauen. Ja. Beim ersten Abbauen sprang der Block in einen Stone-Block. Von der Grafik. Yay. Aber er zeigte an GTA. Also, weil er zeigte nach wie vor noch was anderes an. Und abbauen konnte ich ihn dann. Das ist nur halt, er sprang um von der einen Textur in die andere Textur. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr seltsam. Okay. Ist vom Prinzip her so gewollt, wenn ich Greg richtig verstanden habe? Und zwar, seine Erze sind ein bisschen unterschiedlich. Die gibt es auch als kleine Erze. Da kriegst du quasi nur das raus. Aus denen du dann quasi nur, ähm, wie sagt man so schön, ähm, ja, nicht ingotst, sondern Nuggets rausbekommst, wenn du sie brennst. Und da reagieren die Erze beim Abbauen ein bisschen komisch. Und die Anzeige ist auch nicht korrekt. Das wissen wir aber alles. Müssen wir noch ein bisschen weitergeben und ein bisschen fixen lassen von einigen Leuten. Okay. Aber ist bekannt. Gut, wusste ich nicht. Die ist noch nicht reif, verdammt. Also diese Physik ist ja echt krass, muss man sagen. Ich habe gerade nur einen Apfel abgebaut und eine Hälfte vom Baum ist zusammengebrochen. Ja, habe ich auch schon gehabt. Ja, deswegen würde ich vorschlagen, die Blätter auf die Whitelist zu setzen. Ich habe ganz vergessen, dass Türen inzwischen dreifach gebaut werden von der Crafting Station. Schreibt es auf die Liste, wir beschäftigen uns später damit. Wer haben wir hier? Oh, da wäre ich fast nicht in die Dauer gelatscht. Gibt es irgendeine Wirklichkeit, kein Salzwasser hier zu bekommen? Du kannst Salzwasser nehmen und kannst es kochen. Ja, aber... Oh, das wird jetzt ein bisschen gedauert. Aber gut. Ach nein, hier am Flussufer. Wollte ich gerade sagen, am Fluss, da kommst du normales Wasser. Ach so, ja, Wasser kriegst du aus dem Ozean. Genau, das hängt von deinem quasi Biotyp ab. Ob du Ocean Beach oder sowas bist, das müsste dann alles quasi... Au! Wer hat mich hier? Ach, das war der Bruder. Also kann es sein, dass die Blöcke ab und zu halb in den Boden einsinken? Ja. Das ist ja witzig. Habe ich auch schon gesehen. Die halten dann irgendwo noch ein bisschen. Oh, ich fange schwitzen an. Oh, gut. Mein Mund ist ja genauer. Ich musste bei mir im Chat gerade was beantworten. Und dann kam hier so ein Slime und sagt Hi. Und ich sag, nee. Ich wollte schon gar sagen, das ist hinten nix. Weil bei mir im Chat kam gerade irgendwie so ein Schwachkorb rein. Und meinte so, uh, guckt alle bei dem und dem, der streamt gerade. Und ich denke mir so, nein, du kriegst erstmal 600 Sekunden Timeout. Und dann habe ich mir gedacht, nein, komm, ich banne dich. Nee! Oh, fällt. Belka, ich hab von dir einen Grab gefunden und abgebaut, ne? Also ich halt, ich halt mal Lagerwache hier. Oh, das war ein Schwertball. Was essen wir jetzt eigentlich mal offiziell? Ähm, das kommt noch vorne. Hey, Belka, ich schau mal in die Essens-Truhe. Das war fleißig. Oh. Oh, da kommt jetzt jede Menge rein. Sehr schön, das ist gut. Jawohl. So, und das noch. Ich sag was anderes. Prost, äh, Belka. Stimmt, stimmt. Wir haben noch einen Grund hier. Nach wochenlanger Arbeit. Prostet an alle, die daran beteiligt waren. Danke an alle. Ach, ich bin stolz auf euch. Dankeschön. Prost. 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 Trivon, du steht jetzt mal auf der Leitung. Ah. Ich hab gesagt, ich trinke heute Abend mit den Jungs, die hier mit dran beteiligt waren, alle ein. Ah, Belka gibt aus? Ich kann hier leider noch kein Bier brauen, sonst würde ich ausgeben. Aber das müssen wir dann später mal nachholen. Okay. Wir werden für Bier sorgen. Wasser ausgeben. Na, Wasser haben wir noch ein bisschen da. Kacke. Irgendwie hat das mit dem Mott nicht geklappt.